Themenreihe FreePBX Asterisk. Thema Registrieren am ZipCall-Trunk. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um die Registrierung der FreePBX am ZipCall-Trunk. ZipCall ist ein Schweizer Telefonprovider. Das dürfte also vorrangig für alle Schweizer Kunden und FreePBX Nutzer interessant sein. Ich möchte mich auch hier wieder sehr bei Andi Müller aus der Schweiz bedanken, denn er war so freundlich, mir seinen ZipCall-Trunk, die Zugangsdaten zu seinem ZipCall-Trunk, kurzfristig zur Verfügung zu stellen, so dass ich dieses Video überhaupt erstellen kann. Also nochmal vielen Dank in die Schweiz, Herr Müller. So und wenn Sie wissen möchten, wie man die FreePBX am ZipCall-Trunk registriert, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich geht es weiter. Was wird benötigt? Wir benötigen eine FreePBX, konfiguriert nach Teil 1. Und anschließend ist noch die Umsetzung von Teil 3 erforderlich, um eine funktionierende Telefonanlage zu erhalten. Also Teil 1 umsetzen, dann diesen Teil und anschließend Teil 3 und dann haben Sie eine funktionierende Anlage. Wir befinden uns hier wieder in der FreePBX-Verwaltungsoberfläche. Um nun den ZipCall-Trunk einzurichten, gehen wir hier auf Connectivity, gehen hier auf Hauptleitungen und wählen hier eine neue PG-Zip-Amtsleitung hinzufügen. Ich habe das hier bei mir schon. Sie sehen also, hier habe ich meinen ZipCall-Trunk schon und da schauen wir mal rein in die Konfiguration. So, Sie müssen hier einen Namen eingeben, einen Trunk-Name, der ist frei wählbar. Das können Sie also machen, wie Sie wollen. Sie geben hier eine Outbound-Caller-ID ein. Das ist also Ihre Telefonnummer, die Sie von ZipCall erhalten haben, über die Sie jetzt telefonieren wollen mit diesem Trunk. In spitze Klammern. Und dann sind Sie hier. Hier geben Sie noch Ihre Anzahl Ihrer Maximum-Channels, also Ihre maximale Anzahl gleichzeitiger Gespräche an. Und das war es schon. Übrigens, diese Zahl bekommen Sie natürlich auch von Ihrem Provider, denn das buchen Sie ja bei Ihrem Tarif mit. So, dann gehen wir hier auf PG-Zip-Einstellungen. Da haben Sie also hier den Username und das Kennwort, das bekommen Sie ebenfalls von ZipCall. Hier geben Sie Language-Code Deutsch ein, den Zip-Server Home1.VolpGateway.org, Port 5060, FromPSTN und UDP. So, dann haben wir noch drei kleine Einstellungen hier im Reiter erweitert. Da stellen wir hier ein, den Kontakt-User, das ist nochmal Ihre Telefonnummer. Dann die From-Domain, das ist nochmal Ihr Zip-Server. Und den From-User, das ist nochmal Ihre Telefonnummer. Und nach dem Codex müssen wir nochmal schauen. Da klicken wir mal auf den Reiter und dann sehen wir hier, wir brauchen G722 als erstes. A-LOR, dann U-LOR, alles andere deaktiviert. Und dann haben wir die Codex auch fertig. So, und das war es dann schon. Dann können Sie sagen Absenden und Konfiguration anwenden. Und damit ist der Trunk fertig konfiguriert. Um das Ganze zu testen, brauchen wir natürlich noch eine Inbound- und Outbound-Route. Dazu gucken wir mal in die Inbound-Routen rein. Da habe ich auch schon eine von ZipCall, die ist auch schnell angelegt. Sie sagen hier einfach eingehende Route hinzufügen. Wir gucken jetzt mal, was ich da gemacht habe. So, alles was Sie machen müssen, ist, Sie müssen Namen für die Route eingeben, für die Inbound-Route. Ich habe sie einfach ZipCall genannt, der ist frei wählbar. Und Sie geben hier Ihre Telefonnummer ein, auf die die FreePBX reagieren soll. Also Ihre ZipCall-Nummer. In diesem Format. Und hier am Ende geben Sie ein Ziel ein, ganz unten. Wo soll dieser Ruf, wenn er von dieser Route abgefangen wird, hingehen? Ich habe gesagt, es soll auf die Nebenstelle 80 gehen. Und diese Nebenstelle, die habe ich ja dann auch hier als Softphone. So, dann gucken wir nochmal eine Outbound-Route an. Outbound-Routen, da habe ich bei mir eh alles in einer Route drin. Ja, Sie sehen ja, dann habe ich hier meine Outbound-Route. Und hier unten habe ich dann immer die einzelnen Trunks angegeben, die nacheinander durchgearbeitet werden sollen, bis einer gefunden wird, der aktiv ist und den Ruf durchlässt. So, alle anderen Trunks sind deaktiviert. Dann rutscht er also überall hier drüber, rutscht bisher ja zu ZipCall, der ist aktiviert und darüber geht der Ruf dann raus. So, damit sind wir hier auch fertig. Einmal absenden, einmal Konfiguration anwenden. Und Sie haben dann auch eine Inbound- und eine Outbound-Route. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Ich habe hier wieder mein Phonolite als Nebenstelle 80. Und ich habe hier mein Handy. Und ich möchte jetzt zwei Anruftests machen. Einmal vom Phonolite auf das Handy und einmal umgekehrt. So, also rufe ich jetzt erst mal vom Phonolite mein Handy an. Da ja ZipCall ein schwarzer Provider ist, ist es so, dass ich hier natürlich eine internationale Vorwahl verwenden muss. Ansonsten komme ich von Deutschland aus da nicht hin. Deshalb dieses Nummernformat. Und ich rufe mal an. So, Ruf geht ein. Ich nehme den mal an. Eins, eins, eins. Sie sehen, Sprechen funktioniert also auch. Können wir also abbrechen. So, und jetzt machen wir das umgekehrt. Ich rufe einmal zurück. Ich nehme den Ruf an. Eins, 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 eins. Ja, und Sie sehen, auch das funktioniert. Ja, und damit haben wir den ZipCall Trunk erfolgreich konfiguriert. So, das war es auch schon wieder für dieses Video. Wenn Sie die Free PPX in einer Produktivumgebung einsetzen, also in einer Firma, in einem Büro, Kanzlei, Praxis oder Ähnliches, und Sie haben etwas komplizierter oder komplexerer Konfigurationen, oder Sie möchten die Konfiguration nicht selbst ausführen, oder Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Konfiguration, dann können Sie mich gerne anrufen oder mir eine Mail schreiben. Ich unterstütze Sie gern und biete Ihnen meine Dienstleistungen an. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir bitte wie immer einen Daumen hoch. Unten rechts finden Sie wie immer einen Link zum Abonnieren meines Kanals und unten links einen Link für alle weiteren Videos zur Free PPX. Ich verabschiede mich für heute. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. Danke, tschüss.